Europa-Fahne Habt ihr eine Europa-Fahne? Ja, ganz viele. Eine kleine, nur so ein Wimpel. Europa. Euer Opa. Mein Opa war Geometer. Er richtete Bergwerke ein. Er war ein gebürtiger Schwabe, der auszog. Er hatte vier Kinder, die jeweils in unterschiedlichen Ländern geboren waren. Der eine in Persien, die andere in Griechenland, einer in der Türkei und mein Vater in Italien. In die Schule gingen die Kinder alle in Südtirol. Ihr Abitur machten sie in München und studiert haben sie auch in München. Dann wurde ich geboren. Auch ich bin in Bayern, München geboren. Und ich bin mit Leib und Seele Europäerin. Und ich bin mit Leib und Seele Europäern. 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 Untertitelung des ZDF, 2020